Mein Name ist Horst Kupferschmidt, ich bin, ich werde 80 Jahre im November und ich hatte schon immer eine kleine Leidenschaft für Film, denn damals, als ich mit Schmalfilm anfing, gab es ja noch kein Video und auch Fernsehen wohl schon, aber natürlich war es nicht volkstümlich, denn in den Postämtern, da gab es öffentliches Fernsehen schon 1936. Mein Großvater wollte mich immer mitnehmen, ich hatte keine Ahnung, was Fernsehen ist und sagte jedes Mal, ach, was soll ich denn da? Ich wusste ja nicht, dass Fernsehen ein verkleinertes Kino ist und darum hatte ich das damals immer abgelehnt. Ich bin in Berlin geboren, ein alter Berliner, im damaligen Robert-Koch-Krankenhaus, was ja heute geschlossen ist, nicht, in der Turmstraße. Ja, und wir sind in kleinen Verhältnissen aufgewachsen. Wir wohnten Lübecker, Ecke Birkenstraße und das war ja damals auch so eine Arbeitslosenzeit, da wohnten wir dann mit fünf Mann in Stube und Küche. Über uns wohnte die Familie Sass, die kennt man wohl, die hatten noch diesen Einbruch gemacht am Wittenbergplatz, ja, und mit denen hatten meine Großeltern und meine Eltern auch Kontakt. Ja, ich persönlich war zu klein, denn wir zogen erst mit meinem fünften Lebensjahr von da weg. Ich kann mich aber noch erinnern, wie meine Tante, die war da mit einem von denen Sass sehr befreundet, ja, wie die dann immer erzählte, ja, die haben Geld und das und dieses nicht und also meine Fantasie war ja da zu gering, nicht in diesem Lebensalter. Naja, jedenfalls wurde ich da groß und dann zogen wir in die Wilznacker Straße. Wilznacker Straße, das war ein Haus, komischerweise, bis zum Jahre 1937, als ja die Nazis schon an der Macht waren. Gehörte das einem Juden, der Jude hieß Rittler und ich kann mich erinnern, da war ich, wie gesagt, vielleicht zehn Jahre so, ja, da hat der dann meinen Großvater besucht, denn der mein Großvater war der Potschi. Und der Herr Rittler hatte ein Holzbein, ja, ganz pro dem angezogen, er wohnte schon in Israel, kam an und ich kann mich erinnern, vorne, ich bin nach vorne mitgegangen, da sagt er dann, mein Großvater hieß Holz, ja, Herr Holz, und Sie denken bitte dran, rechts kommt dann die Nazi-Fahne mit den Hakenkreuz und links kommt die Schwarz-Weiß-Fahne, ja. Also ich will nur sagen, da war er auch noch nicht so eingestellt gegen die Nazis, ja, 1937. Na, der war ja nun ganz furchtbar. Wir sind ja immer, also wenn ich wir sage, man kann sagen, die ganze Klasse, wir sind ja immer mit Mächtchenhemmungen hingegangen, ja. Wir hatten einen Lehrer, heutzutage würde man Pauker sagen, ja. Damals war doch noch die Erziehung mit den Schlaginstrumenten, Rohrstock und so weiter, ja. Und das war ein ganz Verrückter, also man musste da ganz vorsichtig sein, dass man da nicht aneckte. Ich nahm an, also nach dem, was ich nun in meinem Leben so gelesen und gehört habe, ja, er hatte irgendwie so eine Ader und Freude am Prügeln, ja. Denn wenn ich zurückdenke, er hat in erster Linie, die ich als hübsch empfunden habe, diese Jungs, die hat er in erster Linie verprügelt immer, ja. Na, jedenfalls war das schlimm. Der einzige Vorteil war natürlich, dadurch, durch diese Strenge, haben wir natürlich mächtig gelernt, nicht? Weil wir mussten ja, um nicht anzuecken, ja. Und das ging durch, ich ging von der ersten bis zur letzten Klasse durch, ohne sitzen zu bleiben, ja. Ja, und dann war ja auch schon Krieg. Und wir Schuljungen im letzten Jahr mussten noch Luftschutzdienst in der Schule machen. Am Eingang, wo wir dann raufging zur Schule, da war recht gleich ein Zimmer, das wurde freigemacht. Und da waren immer zwei Jungs, die eben listenmäßig dran waren, die haben dann Luftschutzdienst gemacht in Bereitschaft. Wir haben da Pritschen gehabt, da konnten wir dann schlafen, ja, und so weiter. Und wenn eben Fliegealarm war, dann mussten wir aufstehen und mussten warten. Ja, kommt nun irgendetwas, eine Brandbombe oder was, auf die Schule, ja. Und dann müssten wir versuchen, diese Feuer zu löschen, was Gott sei Dank nicht eintraf, ja. Und etwas später dann, die Schulzeit, wie gesagt, die war dann zu Ende. Dann ging das los mit einer Lehre. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich Meschaniker werden sollte, aber ich hatte überhaupt kein Talent für sowas, ja. Und da muss ich mal kurz erwähnen Folgendes. Ich habe vier Wochen dann bei Siemens Marienfelde gelernt, ja. Ich könnte keinen Block gerade feiern, ja. Also es war furchtbar. Ja, aber ich möchte aber auch mal sagen, wie die Jungs da behandelt wurden zu dieser Zeit, ja. Wir erst nach dem Klingeln, wenn jetzt Pause war, musste alles im Dauerlauf zur Kantine. Da gab es jetzt Essen. So, das war ungefähr so 10, 15 Minuten. Wir hatten 30 Minuten Zeit. Dann war wieder ein Klingeln, da mussten wir Jungs alle raus auf den Hof. Und da wurde Sport getrieben in Viertelstunde. Dann klingelte es wieder, dann mussten wir wieder im Dauerlauf zu unserem Arbeitsplatz. Und es ging weiter. Und dann war es auch so, wenn wir dann mal irgendwie eine Zeichnung brauchten oder irgendein Gerät, was nicht am Platz war, dann musste alles im Laufschritt geschehen, ja. Wenn da jemand mal gegangen ist, dann schrie irgendein Meister, das war an jeder Reihe, war immer ein Meister. Der schrie dann gleich, aber am Laufschritt, am Laufschritt, ja. Also das war ganz verrückt. Das hat mich natürlich auch sehr abgestoßen. Aber wie gesagt, ich hatte gar kein Talent für sowas, nicht. Und dann bin ich, habe ich da aufgehört, nicht, weil der Meister, der kannte meinen Vater, der sagte, weißt du, dein Junge, der kann, ja, nicht, der kann nicht gerade fallen und ich war glücklich. Denn ich musste erstens jeden Morgen von Morbid nach Marienfelde, nicht, das ist ja über eine Stunde, Fahrzeit mit der S-Bahn, Umstein, Gesundbrunnen und so weiter, ja. Na, jedenfalls habe ich dann eine wunderschöne Lehrstelle bekommen bei Leineweber. Das war ein Bekleidungshaus, ein ganz großes Bekleidungshaus am Spittelmarkt, ja. Und da habe ich dann noch meine Lehre gemacht und konnte dann auch, da ich meinen Einberufungsbefehl schon mit 17,5 bekam, also mit 18, etwas über 18, hätte ich ausgelernt. Da konnte ich eine Notprüfung machen, die ich dann auch bestanden habe, ja. Und da bin ich eingezogen worden. Naja, da wurde ich groß und wir hatten dann in der Jugendzeit in der Kruppstraße, das war ein Kasernengelände. Damals Großdeutschland, diese Truppen, die waren da zu Hause. Und die Straße war vollkommen frei und da haben wir als Jungs natürlich von morgens bis abends Fußball gespielt. So wie die Schule aus war, ging das in der Kruppstraße los. Da waren dann Straßenkämpfe, ja. Und wenn dann dies oder jene kamen, sagt man, oh, wenn die kommen, die können gut Fußball spielen, nicht wahr, da haben wir keine Chance und so. Also es war ein wunderschönes jungen Leben. Wir haben nicht daran gedacht, wenn wir auch mal durch die Kaufhäuser gingen, ja, wir hatten ja fast kein Geld, kann man sagen, nicht, dass wir da eventuell was hätten mitgehen lassen. Nee, wir haben geguckt, oh, wunderschön, das waren so eine Figuren dann, nicht, Soldaten und Tiere und so weiter und so fort, ja. Aber wir kamen nie auf die Idee, dass irgendjemand was mitgenommen hat, nicht. Aber damals schon in der Jugendzeit fing das an mit den Schallplatten. Da war ich ganz verrückt nach. Das war folgendes, meine Tante, die war nur zehn Jahre älter, die hatte sich einen Koffergramm aufgrund eingeschafft, ja. Und nun, wie ich schon gesagt habe, wir hatten nicht viel Geld. Da war in der Müllerstraße, wo heute das Rathaus steht, da war ein großer Rummel. Aber vor dem Rummel waren so kleine Häuschen, man kann bei der sagen Buhnen aufgebaut, aber eine ganze Reihe, ja. Und da war ein Geschäft drin, das verkaufte, gebrauchte Schallplatten. Für fünf Pfennig, für zehn Pfennig, je nachdem, wie sie eben qualitativ noch waren, ja. Und da bin ich dann immer von Mobid hingelaufen, zurückgelaufen. Wenn ich dann mal zehn, zwanzig Pfennig hatte, hat immer Platten gekauft für meine Tante und auch gleichzeitig für mich zum Spielen, ja. Da fing also die Freude schon an. Man kann sagen, so ein bisschen künstlerisch, ja. Und diese Kinosache begann natürlich dann auch. Wenn ich dann zu den Soldaten kam, da konnte ich noch nicht mal das Gewehr halten, ja. Also wir waren ja nun nicht stämmig und so weiter, wie die heutige Jugend zum Teil ist, nicht. Wir waren ja kleine, schwächliche Jünglinge, ja. Ja, jedenfalls, also das war schwierig, das Gewehr zu halten, wenn man da noch schießen sollte und so weiter, nicht. Es war furchtbar. Die Einberufung war ganz seltsam. Wir hatten einen Briefkasten, also es war nicht wie heute, dass unten die Post abgegeben wurde. Jeder hatte seinen Briefkasten in jedem Stockwerk, ja. Und der hatte eine Klappe. So, und eines Tages muss wohl meine Mutter oder mein Vater den Briefkasten geöffnet haben und nicht drauf geachtet haben. Jedenfalls mein Einberufungsbefehl flog in die Ecke. Und da waren so ein paar Säcke mit alten Kleidung und sowas alles, ja. Und ein paar Tage später, da suchte ich da was. Ich denke, ach, was ist denn da? Hier liegt ja ein Brief, was ist denn das, ja. Das war meine Einberufung. So, nun musste ich natürlich mich melden und zwar ist das auch wieder eine Unlogik, ja. Ich musste mich in, wurde in Prag, musste mich in Prag in der Kaserne melden, musste mich aber erst in Wien melden und dann zurückfahren nach Prag, ja. Ja, um da in die Kasernerin zu gehen, nicht. Na ja, das war schlimm, nicht. Das waren ja alles junge Leute. Ich kann nur eins noch erwähnen, wie ich ankam. Da war der Spieß, ich hatte ja gar keine Ahnung von Spieß und Rangordnung und so, weil mich Militär nie interessiert hatte, ja. Da kam der Spieß und wir standen alle in Zivil da, ja. Wer kann Fußball spielen? Ich sagte, ja, ich, ich und dann noch eine andere, ja. Wo hast du, ich, wo haben sie gespielt? Den ging erst so, ja, sie, nachher war ja du, nicht. Ich sagte, Minerva 93. Minerva 93 war früher ein ganz wunderbarer Verein, der hat immer in der höchsten Klasse gespielt, ja. Ja, 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 ja. Mach dich mal fertig, mach dich mal fertig, nicht wahr? Und sie spielen gleich mit. So, ich habe den ja nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Spiel den, nehmen den und der hatte gar keine Ahnung von Fußball. Nun habe ich den nochmal angeflogen. Mensch, du musst doch das machen und das machen und so, ja. Und nachher, als ich dann angezogen schon Uniform, da vor der Front stand und so weiter, da kam der raus. Ich dachte, ach, das war ja der Spieß. Naja, das war eben eine verrückte Sache. Wir wurden untergeordnet, ich möchte damit betonen, ich habe mich da nicht freiwillig gemeldet, wie gesagt, Uniform und Wehrmacht hat mich nie interessiert. Wir wurden untergeordnet der SS, der Waffen-SS sozusagen, ja. Das hatte einen einzigen Vorteil, was ich später erst erfahren habe. Wir haben immer gutes Essen bekommen, durchweg, ja. Naja, jedenfalls muss ich sagen, mein Leben wurde ein paar Mal gerettet. Aus vollem Grunde. Jetzt war unsere Ausbildungszeit beendet und ich bekam jetzt, ich kann nicht sagen, weil das war irgendeine furchtbare Krankheit, ja. Ich fiel plötzlich in Fieber, Krämpfen und so weiter, ja. Und kam ins Lazarett und da hörte ich noch, wie der sagte, im Unterbewusstsein, ja, die müssen wir ins Krankenhaus bringen. So, jetzt kam ich ins Krankenhaus und konnte da sechs Wochen bleiben. Und wie ich jetzt zurückkam, zu der alten Kaserne, da waren nur noch zwei von den ehemaligen Kameraden da. Und da fragte ich natürlich nicht, na, wo sind denn die anderen? Ja, die anderen sind schon lange weg und so weiter. Von den anderen sind fast keine übrig geblieben. Die waren in Polen zum Partisaneneinsatz, ja, und sind alle tot heutzutage, ja. Und da kann ich sagen, da hatte ich Glück, vielleicht wäre ich dann auch tot, wenn ich da nicht krank geworden wäre, nicht? Ja, na, das ging dann, ich wurde dann zur Artillerie eingesetzt, hatte ja keine Ahnung, nicht? Und musste dann diese schweren Granaten immer ins Rohr reinschieben, ja. Und das ging dann an und für sich sehr schön, kann man sagen, insofern ich nicht direkt an der Front war. Ja, ich war bis zum Schluss, war ich dann bei der Artillerie. Und dann hatten wir, war ja Kriegsende plötzlich, nicht? Plötzlich hieß es, der Hitler ist tot, aber der Krieg geht weiter. Und dann ein paar Tage später hieß es, nein, der Krieg ist aus. So, dann haben wir uns, wir waren in der Tschechisch-Slowakei, wir haben also in Ungarn Einsatz gehabt und waren dann in der Tschechisch-Slowakei und da wurden wir gefangen genommen. Aber von der einen Seite der Tschechei kamen die Russen, von der anderen Seite kamen die Amerikaner. Und unsere Vorsitzenden waren so schlau, die haben sich, die sind denen entgegengefahren, dass wir nicht zu den Russen gekommen sind, ja. Jedenfalls war es so, es war ein riesiges Lager, es waren vielleicht, nein, ich will nicht übertreiben, aber 20.000 Soldaten, nicht? Aller, aller, aller Länder, nicht? Das waren ja nicht nur Deutsche, es waren ja auch Ungarn und Jugoslawen und so, die für den Hitler gekämpft haben, nicht? Da waren wir in einem riesigen Lager und da waren wir dann von Mai bis Oktober auf freiem Feld. So, da hatten die, die Amerikaner haben dann gesagt, weil der ganze Fuhrpark, der stand ja nun abseits, nicht, unser Fuhrpark, da haben die gesagt, ja, ihr könnt jetzt die ganzen Fahrzeuge kaputt machen und könnt euch dadurch etwas überdachen, damit ihr Schutz habt gegen die Natur, nicht? Denn wir waren ja von Mai bis Oktober, ob es geregnet hat, nicht war oder nicht, lagen wir nur da, nicht? Und dann war das Seltsame noch, und das möchte ich betonen, dass ich heute das noch gerne esse, da haben wir von Mai bis Oktober morgens eine dünne Erbsuppe bekommen, am Nachmittag eine dicke Erbsuppe bekommen mit einer Scheibe Brot. Und das ging ununterbrochen, wir haben nichts anderes bekommen, ja? Dann sagt man vielleicht nicht wahr, das hast du dir übergegessen. Nehm, egal, ich esse heute noch Erbsuppe gern, ja? Naja, dann waren wir im Gefangenenlager, ich war noch nicht 18 und dann hieß es, was ich nicht wusste, alle unter 18 werden entlassen, wenn sie eine Adresse in Westdeutschland haben. Dann habe ich eine Fantasieadresse angegeben, ja, in Bayern, nicht? In Bamberg sowieso irgendeine Straße, das haben die ja nicht nachgeprüft, nicht? Denn nach Berlin wäre ich nicht gekommen. Und dann saß ich, wir hatten ja nichts zu tun, dann saß ich vor der Baracke, nach dem Frühstück, was wir hatten, und ich guckte ein bisschen rum, und da war dann immer ein großer Lautsprecher, der hatte Musik gebracht. Und der hatte aber auch immer angesagt, wer entlassen wird. Und da hieß es dann auf einmal, Horst Kupferschmidt wird heute auch entlassen, ja? Naja, ich habe ja nun im Windeseil alles zusammengepackt und dann los, nicht? Und dann war ja die Grenze, die Russen waren ja nun schon da, nicht? Die hatten ja alles abgesperrt gehabt. So, und nun sind wir mit vier Mann über die Grenze nachts, ja, und wurden erwischt. So, nun war aber einer von den Russen, das waren glaube ich drei, ja, drei Russen, einer, der konnte Deutsch und der sagte, ich habe in Berlin am Kurfürstendamm Koch gelernt, bleibt hier sitzen bis zwölf Uhr, ich komme und dann bringe ich euch über die Grenze. Und der kam tatsächlich, hat uns über die Grenze gebracht. Und dadurch kam ich nach Berlin. Das war gerade an meinem Geburtstag, und ich dachte, ich kann nach Hause, ja, denkste, um acht Uhr war Sperre, da war ich auf dem Bahnhof Zehlendorf, und war ja nun Sperre, ja, da haben wir uns dann in den Durchgang da unten, haben wir uns hingelegt, haben wir schlafen, ja, wir mussten ja warten bis morgens, die Glockenzechse war wohl die Sperre zu Ende, ja, und dann konnten wir erst nach Hause fahren. Und dann war natürlich ein seltsames Gefühl, ich kam jetzt, war eine Putlitzstraße, die ja heute anders heißt, nicht? Die Treppen hoch, ging die Brücke lang, und da war die Quirzostraße, ja, die ganzen Häuser, die liefen da lang, die standen alle gut. Aber in der Stephanstraße, die lag dahinter, nur dachte ich, Mensch, ob das alles kaputt ist, und wenn gar keiner mehr da ist, was machst du denn dann? Du bist ja ganz alleine, wa? Aber ich kam nach Hause und war alles in Ordnung, Gott sei Dank, ja. Das war so mein Lebensweg. Ja, also erst mal, ich sagte es schon vorhin, ich bin heute noch ein Hasser von Uniformen. Also ich habe mir aus Hitlerjugend und Nazi und was das alles war, nichts gemacht, und Gott sei Dank keiner in unserer Familie. Mein Vater war seinerzeit SPD-Mitglied, nicht, die ja nun nicht mehr existierte, und er war also praktisch parteilos, ja. Ja, nun war ich ja, wie gesagt, ein Mensch, der gerne Fußball spielte. Nun hieß es natürlich, wir kriegen einen Spielerausweis, und alle Vierteljahr muss ein Stempel von der Herr J drin sein, ja. So, na ja, gut, haben wir gemacht, aber wir haben folgendes gemacht. Wir waren ja beinahe verschworen von unserer Mannschaft, ja. Dann haben wir ungefähr so drei Wochen, bevor der nächste Stempel fällig war, sind wir zum Dienst gegangen, vorher überhaupt nicht, ja. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich weiß nicht, wie die da hießen, also ich kann es nicht jetzt sagen, wie die hießen, die Ränge, ja. Ja, aber ihr müsst jetzt laufen zum Dienst kommen, sonst kriegt ihr keinen Stempel mehr, nicht? Ja, natürlich, wir kommen, wir kommen. Dann ging das Theater wieder los, dann waren wir wieder nicht da, ja. Und wenn wir da waren, das war für mich ein Grauen. Also, wie gesagt, dreimal, viermal, ungefähr mussten wir nun hingehen, um den Stempel zu kriegen, ja, und dann durch die Straßen marschieren. Ach, die mit ihrer Pauke, dann, und, nicht? Wir waren hinten durchweg Sivilisten. Wir haben uns ja keine diese Kleidung gekauft, die ja bedeutend billiger war, ja. Und dann, die Sivilisten immer hinten, nicht? Dann sind wir da marschiert, haben da gesungen und gegrönt und dachten im stillen Wind, das wird bald zu Ende wieder. Nee, also da war ich kein Freund für, nicht? Und wie schon gesagt, unsere ganze Familie, wir waren keine Gegner in dem Sinne, wir waren Mitläufer, wir wollten unsere Ruhe haben, ja. Und ich kann mich erinnern, bei meiner Tante, die hatte immer ein großes Hitlerbild über den Küchentisch zu hängen, wo wir, also wir ja nicht, wo sie immer dann Frühstück gemacht hat und als mein Onkel fiel, wurde das Hitlerbild in den Müll geworfen. Und das ist das Komische, Puttlitzstraße wurden ja die Menschen eingeladen, ja, und keiner hat was gehört. Ich meine, die Erwachsenen haben sich ja vielfach unter sich unterhalten und wir waren dabei und haben ja dann nochmal gelauscht, unbewusst zum Teil, ja. Aber nie hat einer was erzählt, dass die da deportiert wurden, in Waggons geladen und so weiter. Eines war nur, sie sagt manchmal, da war einer, der hieß Aaron, ja, dann sagt sie, ja, den Aaron haben sie heute abgeholt, ja. Oder den anderen, ich kannte die weiter, ich kannte nur den Aaron als Juden, ja. Den haben sie abgeholt. Aber was damit geschehen ist mit diesen Menschen, das wurde nicht erwähnt. Ich kann mich einmal erinnern, da war ich in der Wildsnacker Straße, da war ich noch Junge, wir haben da unser Papiertaum so fliegen lassen, ja. Und auf einmal kam ein Geräusch, als wenn ein riesiger Wasserstrom durch die Straße kommen würde, ja. Und es kamen Hunderte von diesen Häftlingen in Holzpantien. Und durch diese Klappern war das von Ferne, als wenn ein Wasser ankommt, ja. Und da haben wir gesehen, die gingen dann die Perleberger Straße entlang und mussten dann wohl umgekehrt sein, da Quitzelstraße, um in diesen Güterbahnhof da reinzukommen, ja. Und da kann ich mich erinnern, das werde ich nicht vergessen, habe ich als Junge beobachtet, da waren dann immer im Abstand von circa zehn Metern, ein SS-Mann hat zu den Menschen geguckt, ja. Und der andere SS-Mann hat nach oben geguckt. Und da muss wohl einer bei uns in der Perleberger Straße so schräg über der Wildsnacker Straße fotografiert haben. Plötzlich rastet der los durch den Zug in das Haus rein und musste wohl da oben irgendwie den Apparat beschlagnahmt haben, ja, nicht. Das war das Einzige, das ich gesehen habe, dass da Leute eben deportiert wurden. Aber die Volksmenge hat gesagt, das sind alles Verbrücher. Ich habe nie gehört, dass einer von uns gesagt hat, das sind Juden. Ja, an und für sich die Juden waren bei uns angesehen. Nicht, also ich kann mich erinnern, mein Vater, der sagte dann auch immer, als ich noch Junge war in der Chausseestraße, das wird heute keiner mehr wissen, da wo sie heute dieses große Bauen, wie heißt das, dieses politische Zentrum da, ja, da gegenüber, da waren natürlich, alles Häuser war ja nicht ausgebombt, ja, und da waren Juden. Und da kann ich mich erinnern, da ging der ganz früh mit mir Schuhe kaufen oder in Bekleidungssicherheit irgendwelche Kleidung kaufen. Und da waren Juden, will ich nicht vergessen, mit so einem Bärten und so, und die standen dann, weil wir ja nun ganz früh gingen, ja, die standen dann mal so und haben geguckt nach Kunden, ja. Ja, und da fragte ich dann mein Vater, warum gehen wir denn so früh und warum gehen wir denn hier mal rein, wo die Männer mit den Bärten sind? Da sagte er, das sind Juden. Und bei den Juden ist es vollermaßen. Der erste Kunde darf nie aus dem Geschäft gehen, ohne dass er was gekauft hat. Und da hat er immer gehandelt denn, nicht? Wenn der gesagt hat, das Beispiel, na, 20 Reichsmark war ja wohl für die Schuhe, dann hat er so, nee, also 16, ja, 16, nicht, 20 nicht, ne? Dann hat er das immer Billiger gekriegt, nicht? Das musst du damals auch wissen. Aber die Juden waren noch damals da, wie ich so Knabe war, so sechs, sieben Jahre ungefähr, ja, die jüdischen Geschäfte auch, nicht? Nee, diese Sache da mit denen die Scheiben einschlagen, die habe ich ja nun als Junge aus Neugierde erlebt, ja. Ich wusste ja noch gar nicht, was bezwecken die damit. Das war eine Turmstraße, nicht? Das ist ja auch eine große Einkaufsstraße heute, ja. Da haben dann die Nazis oder ich weiß nicht, wer da war, weil sie Scheiben eingeschmissen haben, haben sie vorher schon groß angeschrieben, Jude, nicht, und so weiter. Und da kann ich mich noch da erinnern. Aber ich kann mich auch erinnern, keiner hat sich getraut, was rauszuklauen, nachdem die Scheiben da weg waren, nicht? Also ich mochte die Nazi-Zeit nicht. Aber, das muss man auch betonen, die Menschen untereinander, die waren sich bedeutend näher als heute, ja? Nicht? Ich habe nie erlebt, ich kann mich auch nicht erinnern, dass in unserer Familie ein Besuch war, der gut über die Nazis gesprochen hat. Im Gegenteil, die haben nicht schlecht gesprochen, die haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen, nicht? Und einmal, weiß ich noch, meine Tante, die war verliebt in jemanden, der sah ungefähr so aus wie der Schauspieler Rudolf Brack, ja? So, das war aber auch ein Nazi-Gegener. Jetzt haben sie den eingezogen, der ist getürmt. Jetzt haben sie den in irgendeinem KZ oder in einem Lager erbaut, ist er auch getürmt. Und eines Tages, ich spielte auf der Straße, und da wird es nach der Straße, da stand er gegenüber, ja? Und winkte immer so, ich denke, das ist doch der Freund von meiner Tante. Und ging rüber, und da sagte er dann, geh mal rein, Hilde hieß die, ja? Geh mal rein zu der Hilde, die soll rauskommen. Aber du durfst niemandem etwas sagen, nur die Hilde, weiter keinen, ja? Und dann sagte ich ihr das, dann ging die auch raus, nicht? Und dann habe ich später natürlich erfahren erst, dass er aus dem Lager geflohen war, und er wollte ein bisschen Geld oder Essen oder irgendwas haben, ja? Nicht, das war das Einzige, was ich so mal miterlebt habe. Ja, das erste Kinoerlebnis war ganz toll. Und zwar, der Film hieß Oberwachtmeister Schwenke und war über 18 Jahre, ja? So, ich war damals, war 34, wenn Sie mal sich wohnen, also sieben Jahre war ich alt, ja? Und mein Großvater, der hatte so eine Freundschaft mit dem Kohlenhändler, der hieß Schmidtschen, der wohnte auch in der gleichen Straße, ja? Ein Stückchen weiter weg. Und da kamen die beide zusammen, und da sagte der Schmidtschen, ich war auch bei ihm, ja, an der Hand, und da sagte der, ja, weißt du, ich muss rüber, ich bin ja noch Kartenabreißer, denn früher hieß es Kino Arthushof, später hieß es Corso, ja? Ich bin der Kartenabreißer, komm doch mit, ja? Kannst dir die Vorstellung ansehen? Wenn er sagt, mein Großvater, ja, weil ich neben ihm war, da kann ja ein Junge mitkommen. Na, er sagt, da bin ich, das ist über 18 Jahre, mach ich mich strafbar, aber wir machen Folgendes, pass mal auf, wenn der Film angefangen hat, dann kommt ihr rein und setzt euch ganz leise hinten hin, dass euch keiner sieht. Das war nur der erste Film mit sieben Jahren, der über 18 war, den ich gesehen habe. Heute haben sie den Film im Fernsehen gespielt, da konnte jeder Mensch sich den ansehen, ja? Also da war gar nicht bei, was man sagen konnte, das ist jugendgefährdend. Ja, das war mein erstes Darlebnis. Dann fing das an, gegenüber, wie schon gesagt, war ja das Corso-Kino und das war so ein Durchgang zur anderen Straße und in der Mitte von dem Hof sozusagen war dieses Kino. Nun war es ja so, in dem Durchgang, da waren überall Filmbilder, Filmbilder, nicht? Und das hat uns ja nun interessiert als Kinder, nicht? Wir haben ja mal geguckt und dann war ja an jeder Litwasssäule, hatte ja jedes Kino ein Plakat. Und dann stand immer, oben waren viele Großen, nicht? Ganz groß geschrieben, nicht? Heißes Blut mit Marika Röck und was das alles so gab. Und unten war so eine Spalte, da entstand immer Sonntagsjugendvorstellung, nicht? Und da haben wir immer geguckt, nicht? Was spielen sie denn? Was spielen sie denn da? Was spielen sie da, ja? Und nun war es ja so, wir hatten ja nicht viel Geld als Kinder, nicht? Die Flohkisten, wie wir sie nannten, also die kleinen Kinos, die kosteten 25 Pfenniger. Die Mittelprächtigen, wie Corso zum Beispiel, kosteten 30 Pfennig. Und die Großen, wie Weltkino und Altmorbid oder Ufer, Turmstraße, kosteten 40 Pfennig. Na ja, nun haben wir ja möglichst gesehen, dass wir ganz billig dann ins Kino kommen konnten. Und da war in der Turmstraße das Arena-Kino und der Mann war sehr freundlich. Es waren Mann und Frau, die das Kino besaßen, die haben auch alles gemacht, ja? Da hingen wir mal dann hin und sagten, Onkel, Onkel, ach, wir beide setzen uns hier auf einen Stuhl. Dann brauchen wir doch bis 15 Pfennig zu bezahlen, nicht? Und dann, ja, geht ja nicht, geht ja nicht weg, bleibt zusammen, dann haben wir 15 Pfennig bezahlt. Das waren so die kleinen Erlebnisse, nicht? Und nachher wurde ja alles ausgebombt und die Kinos, die dann übrig blieben, da war eine Riesenschlange, nicht? 200, 300 Menschen, ja, wenn man da nicht ganz früh zur Kasse kam, da hat man dann meist keine Karten mehr bekommen. So, da kam ich ja nach Hause, wie ich schon erzählt hatte, auf der Puttlitzbrücke gesehen, nicht wahr, steht unser Haus noch mit Angst, nicht? Und habe dann festgestellt, ja, steht noch alles, ja? Ja, war auch wunderbar. Also es war, wir hatten ganz großes Glück, denn wir hätten ja nicht in den Luftschutzklerk gehen brauchen. Bei uns ist während des Krieges nicht eine Scheibe kaputt gegangen. Trotzdem ja, neben dem Puttlitzbahnhof, ist doch heute noch das große Elektrizitätswerk, ja? Das wurde nur immer unwesentlich getroffen. Und daneben ist doch der Westhafen mit den großen Speichern, Getreidespeichern und so weiter, ja? Wurde auch unwesentlich getroffen, nicht? Also wir hatten großes Glück. Ja, na, dann fängt es ja an. Arbeiten, aufräumen, aufräumen, ja? Und wenn man das heute mal den heutigen Politikern erzählt, die müssten mal so leben. Wir haben nämlich für 65 Stunden Lohn sind wir entrümmern gegangen. Aber wir hatten ja nichts. Die Frauen haben geklopft, das weiß man ja noch, nicht? Wir Männer, wir haben mit Seilen irgendwie in so ein Fensterloch, dann das Seil geschwungen und dann gerissen, bis die Mauer runterfiel, ja? Haben das zerkleinert und haben dann die Steine, die die Frauen nun entrümmert haben, mit einem Handwagen zu einer Hauptstelle gebracht, wo es dann verwertet wurde, ja? So, 65 Stunden Lohn. Jetzt kamen wir nach Hause. Wir hatten ja nichts, es gab ja keine Kleidung, nichts, nicht? Wir haben ja mit unseren bloßen Händen haben wir die Steine und so weiter bearbeitet. Da gab es keine Handschuhe und sowas alles, nicht? Dann kamen wir nach Hause. Ja, das war kalt. Es gab ja nichts zum Heizen. Ich hatte Gott sei Dank noch aus meiner Sportlerzeit einen Trainingsanzug. Dann sind wir mit dem Trainingsanzug ins Bett gegangen, ja? So, wenn wir dann nicht gleich ins Bett gegangen sind, haben vielleicht noch ein bisschen gelesen, dann war ja der Strom kontingentiert. Es hieß also, ihr dürft nur so und so viel verbrauchen an Gas und Strom und so, nicht? Und plötzlich ging das Licht aus. So, war Stromsperrer. Dann hat man bei Kerzenlicht gesessen, in der Kühle, in der Kälte, ja? Und hat dann gelesen oder irgendwas gemacht, nicht? Meistens ist man dann gleich so ins Bett gegangen, nicht? Mit einer Decke noch drüber, so man hatte. Und so ging das Leben dann, nicht? Wir sind dann, wenn wir mal in der kalten Jahreszeit jetzt, ja, im Sommer war es ja nun nicht so, jedenfalls in der kalten Jahreszeit, dann sind wir, das kostete 80 Pfennig, ins Kino gegangen. Das Kino war immer durchgeheizt. Und dann gab es auch sogenannte Wärmehallen. Das waren irgendwelche Lokale, die hatten extra Kohlen bekommen und da konnten dann die, die Bevölkerung konnte da reingehen, ohne was zu verzehren, ja? Und konnte sich richtig aufwärmen, nicht? Ja, so war das damals. Es gab kein großes Essen. Wir haben mit Trockenbrot und man kann auch nicht mal sagen mit Margarine, das war ja alles so winzig, ja, was wir bekommen haben, nicht? Wir haben uns dann, wenn wir zur Arbeit gingen, meistens drei Scheiben Trockenbrot, das haben wir unterwegs aufgegessen. Das hatten wir am ganzen Tag nicht zu essen, ja? Wenn wir nach Hause kamen, dann haben wir uns eine Mehlsuppe gemacht. Es wurde immer zusammengespart, wahrscheinlich bei vielen Familien, für Sonnabend, Sonntag. Nicht Sonnabend, war ja auch eine Arbeitszeit, Sonntag, ne? Da gab es dann mal so ein Stückchen Fleisch für jeden, ja? Oder wir haben uns mal erlaubt, eine schöne Butterstulle zu essen und so was alles, ja? Ja, also es war ganz minimal. Und dann war es ja auch so, der Amerikaner hat ja wohl Lehmpüle geschickt, das waren ja alles Trockensachen, Trockenkartoffel und so ein Mehlzeug, ja, und diese kleinen Büchsen, die sie früher an den Front geschickt haben, das haben sie alles für die Bevölkerung dann gegeben, nicht? Man war natürlich nur zufrieden, dass man was zu essen hatte. Und wenn man sich das heute mal überlegt, ja, ein 500 Gramm Brot, ja, das haben wir nebenbei aufwirsten und haben uns dann gefragt, was können wir jetzt noch essen? Es sollte mal jemand probieren, jetzt in der heutigen Zeit, 500 Gramm Brot ohne alles zu essen. Das würde gar keiner mehr schaffen, ja? Also ich meine, so ausgehungert waren wir, dass wir das so gegessen haben und hinterher noch gefragt haben, ist noch irgendwas da? Ja, ich war, naja, Kaufmann kann man nicht sagen, wenn man kaufmännischer Angestellter, weil ich ja nun in der Modebranche da bei Leinewirbel gelernt habe, ja, aber das war ja tot. Es gab ja nichts, es gab ja erst, glaube ich, zwei oder drei Jahre später Kleiderkarten und das war ja auch nichts Modisches, man war zufrieden, dass man sich ein Pullover, ein Hemd und so weiter kaufen konnte, ja. Nee, ich habe dann nebenbei so kleine andere Jobs gemacht, nicht, nachdem das nun, hieß, man braucht nicht unbedingt mehr Enttrümmer, nicht, man hat an und für sich, das muss ich auch noch erwähnen, man hat an und für sich niedrige Arbeiten aus dem Grunde angenommen, man hat eine bessere Karte bekommen. Wir haben dann die Arbeiterkarte bekommen, das hieß, ein Arbeiter bekam pro Tag 500 Gramm Brot, ein Angestellter bekam 300 Gramm Brot, ja, und natürlich in Fett und Fleisch und so weiter, genau, so runtergesetzt, nicht. Darum, darum haben wir das auch in erster Linie gemacht, nicht. Ja, und dann habe ich kleine andere private Firmen besucht und gearbeitet mit ihnen, ja, und dann kam plötzlich die Arbeitslosigkeit, zwei Jahre war ich arbeitslos. Das war allgemein hier in Berlin und so weiter, nicht. Ich kann mich erinnern, wir haben bekommen pro Woche 19 D-Mark 90, das war ja damals diese, diese D-Mark-Zeit, ich weiß nicht, ob du das weißt, da waren die alten Hitler-Scheine, da war so eine Briefmarke aufgeklebt, ja, nicht, das war also das Gültige noch, bevor das Westgeld kam, nicht, war ja als Westgeld. Und, ja, 1990 habe ich bekommen, da habe ich 15 Mark abgegeben und habe den Rest eben für mich verbrauchen können. Naja, man war nur junger Mensch, man war schon 18, 19, 20 ungefähr, das war nicht viel Geld, nicht. Wenn man bedenkt, Kinobesuch, 80 Pfenn hier und alle anderen Sachen waren auch nicht billig, nicht, denn ein Bier, das war ja so ein ganz leichtes Bier, nicht, und dann kam die Zeit, das war wohl 46, 47, wie das mit Alkohol anfing, dann haben sie was zusammengebraut, das hieß Alkoholat. Das hat so geschmeckt wie Wermutwein ungefähr, ja. Na, naja, hat die Flasche auch so ungefähr 8, 9 D-Mark gekostet. Wir waren ja nie irgendwie Freunde vom Alkohol, nicht, trotzdem ich im Sportverein war, nicht, da wurde ja dann meistens immer gepichelt, nicht, meistens natürlich von den Zuschauern aus. Naja, jedenfalls kam es so ganz, ganz langsam wieder zum Besseren. Das war ja nun so, ich sagte schon, ich habe Fußball gespielt und war nicht einer der schlechtesten, ich will damit sagen, ich habe immer in der ersten Mannschaft von Hellers Nordwest gespielt. Da war der Spielobmann Helmut Hoppe, der nun schon lange, lange tot ist, ja, der hatte eine Firma, sozusagen Arbeitseinsatzbetrieb, wir nannten das natürlich Sklavenbetrieb, ist ja klar, ne. und der hatte viele Beziehungen und unter anderem auch hier in der AEG und da konnte ich hier reinrutschen, wie gesagt, er hat natürlich diejenigen bevorzugt, die in der ersten Mannschaft gespielt haben, ja. Und da kam ich hier in die AEG und da war ich ungefähr drei Jahre und habe hier, wo die Uhr ist, in dem Uhrenturm, das war früher BF, das hieß Bahnfabrik, ja, da habe ich ein Lager aufgebaut und zwar, musst du dir das vorstellen, jetzt war ja hier vieles zerstört und da lagen die ganzen Vorrichtungen, Bohrvorrichtungen, Fräsvorrichtungen, Drehvorrichtungen und so weiter, die lagen natürlich alle verstreut herum unter Steinen und Geröll und so was alles, ja. Die haben wir aussortiert, einsortiert, also sauber gemacht und so einsortiert und dann haben wir Regale zur Verfügung gestellt bekommen und dann haben wir die schön einsortiert, haben Karteikarten angelegt und so weiter. Jedenfalls war der Hauptchef, der hieß hier Mümert, der war so zufrieden, dass er eines Tages mich in sein Büro rief und sagte oder fragte, sagen Sie mal, wollen Sie nicht bei uns anfangen? Naja, das war doch natürlich eine tolle Sache, ja. Bei der Firma Hoppe haben wir damals bekommen eine D-Mark pro Stunde und hier habe ich schon 1,19 bekommen. Ich meine, wenn man heute sagt 19 Cent, dann sagen wir, was ist denn das sozusagen, aber damals war das an und für sich viel Geld, ja. Ein Facharbeiter, kann ich mich erinnern, die haben eine D-Mark 40 bekommen damals. Heute ist das natürlich viel höher alles. Ja, jedenfalls fing ich da an und habe dann das Lager übernommen da oben. Da kamen dann die Leute immer hoch, aus der Boherei, aus der Fräserei, aus der Dreherei und so weiter. Die haben dann immer die und die Vorrichtung verlangt, ja. Und die haben wir ihnen dann gegeben, beziehungsweise wenn die fertig waren, haben sie sie unten abgeladet, dann haben wir sie wieder hochgeholt, nicht, und haben sie wieder einsortiert, nicht. Ich war damals riesenfroh, dass ich eine feste Arbeitsstelle hatte, ja. Das ging so weit, dass ich nachher innerhalb meines Lebens zum Kundendienst kam. Und dann kam auch die Zeit, wo ich unkündbar war bei der AEG. Wir haben angefangen um dreiviertel acht. Endstation war jeden Tag um dreiviertel fünf. Wir kamen hier in dieses Tor hier vorne an der, wie heißt die Straße, Gustav-Meyer-Allee? Ja, kamen wir rein. Da möchte ich ganz kurz einflechten. Da war seinerzeit noch in einer Betriebsversammlung ein großes Trara. Da haben die Angestellten gesagt, wir Angestellte, wir dürfen nur Brunnestraße raus. Und die Arbeiter, die müssen hier, Gustav-Meyer-Allee raus, ist natürlich nicht durchgekommen, ja. Das bloß zwischendurch. Gut, wir kamen rein, dann war eine Stempel, da mussten wir stempeln, nicht. So, dann waren wir da. Dann sind wir nach oben gegangen, zu unserer Arbeitsstelle. Meine Arbeitsstelle war ja vollkommen frei. Mein Vorsitzender saß ja ein paar Etagen tiefer im Büro, ja. Ja, nun haben wir dann ein bisschen was geordnet oder was sauber gemacht und so weiter, bis der erste Kollege kam, der erste Kunde sozusagen, und hat was verlangt, ja. Ja, dann haben wir denen das rausgegeben. Und es war so, man kann sich das heute nicht vorstellen, nicht. Denn, ich möchte folgendes betonen, ich hatte das Lager übernommen. War drei Jahre dauern. War eine ganz ruhige Beschäftigung, ja. Ich habe da die Vereinszeitung von Hellas Nordwest geschrieben, nicht, weil ich das konnte, ja. Ich habe etliche Berichte geschrieben und so. Ich musste mich ja beschäftigen. Mein Lager war ja ein Schuss. So wie was hochkam, habe ich gleich alles in Ordnung gebracht, einsortiert und so weiter, ja. So, und es war manchmal, manche Tage kamen zwei Kunden los. Und eines Tages geschieht Folgendes. Ich bin da nur und zwischen den Regionen kommt der Betriebsrat hoch. Der sagt jetzt zu mir, ja, sag mal, Kollege, was machst du denn hier? Erkläre denen meine Arbeit. Und dann sagt der, ach so, ach so. Na ja, nun verschwand der wieder, ja. Aber der Sinn lag ganz woanders. Plötzlich kam, also Tage später, kam mein Chef hoch und sagt, Sie kriegen einen Kollegen. Ich sage, na nun, warum denn? Ich habe doch hier, bin doch, na ja, nicht richtig ausgelassen. Ich habe doch Ihnen schon öfter mal gesagt, haben Sie nicht eine andere Arbeit noch, damit der Tag schneller vergeht? Ja. Ja, nee, ich sage dann, nee, ich sage, na aus welchem Grunde denn? Ja, der Betriebsrat hat gesagt, wenn Sie hier oben im Lager sind und arbeiten und Sie fallen mal um und es kommt am Tage keiner, dann liegen Sie hier so lange, bis einer kommt. Jetzt habe ich noch einen Kollegen. War ein sehr netter alter Herr, der konnte nicht mehr in der Fabrikation mitmachen, ja. Und den haben sie mir hochgeschickt, nicht? Oskar hieß der. Dann waren wir zu zweit. Ja, das war nachher, also die Arbeitsstelle war ja hervorragend, ja. Ja, der Chef, der kam manchmal hoch, ganz freudestrahlend, sagte, Kinder, Kinder, ich habe eine freudige Nachricht. Ja, was ist denn, was ist denn? Der hieß Weidlich, Herr Weidlich, ja. Ja, ich habe wieder Zulauf, ja, ich bekomme. War ja schön. Wir hatten ja an und für sich keine große Arbeit, ja. Ja, das ging dann ein paar Jahre lang, nicht? Und dann hat sich das aufgelöst. Dann wurde die Bahnfabrik geteilt. Die kam dann hier rüber in diese Quergebäude und die Bahnfabrik, die hatte diese Stromabnehmer gemacht für die Straßenbahn, ja. Früher war doch nur, war doch nur ein Steg mit einer Rolle, das ging dann zur Leitung. Und die waren dann schon so, 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 so biegsam. Die konnte man runterziehen und hochziehen und die sind auch nicht mehr rausgerutscht. Manchmal sind doch die Rollen rausgerutscht, nicht? Die hatten wir da gemacht. Und dann bin ich da rübergekommen. Und war da auch ein paar Jahre, ja, war auch eine gute Arbeitsstelle. Konnte man nicht sagen. Naja, und eines Tages hieß es dann, ja, wir müssen auch reduzieren, nicht? Und da dachte ich, auch noch reduzieren. Dann versuch doch mal, ob du wegkommst, nicht? Und da hatte ich das versucht. Und da haben sie auch mich hin und her, die wollten mich nicht loskriegen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war ich sympathisch, ich weiß das nicht. In jedem Fall hatte ich dann schon in der Hand, was ich bekommen würde. Das waren damals doch diese Westmark, das waren 9000 Westmark, ja. Und dann dachte ich, naja, wirst du über die Runden kommen und so weiter. Und plötzlich rief jemand an zum Personalbüro und die riefen mich wieder zum Personalbüro und sagten, wir haben ja eine schöne Stelle für Siegner. Wo denn, ja? Ja, hier im Märkischen Viertel, im Kundendienst, nicht? Und in dem Kundendienst bin ich dann eingestiegen, nicht? Ich war dann auch, ich hatte ja an und für sich Angestellter gelernt, ja. Und war natürlich die ersten Jahre immer hier gewerblich, wie man sagt. Heute sagt man, oder hat man früher gesagt, arbeitermäßig, ja. Und da wurde ich dann wieder Angestellter. Ja, und dann habe ich das miterlebt, wie das auch aufgelöst wurde. Aber ich wurde ja zum Hohenzollern da mitgenommen. Da war ja der ganz große Kundendienst, ja. Und da war dann eben die Sache, wo ich von mir aus sagte, Mensch, ich möchte noch ein bisschen von meinem Leben haben. Was kriege ich Rente? Da komme ich mit aus. Ich kenne nie, nicht? Naja, dann bin ich rausgekommen. Und ich wollte nun gerne früher aufhören. Ja, ist ja klar. Und ging dann zu meinem Chef. Und das war, ich muss noch dazu sagen, das war eine Zeit, wo sie bei der AEG, an AEG Telefunken war es ja, ja, anfingen schon auszusortieren. Und da haben sie natürlich auch langjährige Mitarbeiter aussortiert, von denen sie wussten, die sind lahm oder können nicht mehr richtig und so. Und die haben riesige Abfindung gekriegt. 20.000, 30.000 D-Mark damals, ja. Das war viel Geld. Nun ging ich zu meinem Chef und sprach mit ihm darüber. Erstens bin ich mit ihm zufrieden. Zweitens, wenn ich sie entlassen würde und gehen zum Arbeitsamt, dann sagt das Arbeitsamt, da gehen Sie mal zurück. Sie sind ja unkündbar. Ja, ja. Ich hatte damals den BTSV, ich weiß nicht, ob du den, ob du den kennst, BTSV 150, der war in der letzten Klasse Letzter. Den hatte ich übernommen als Trainer. Genau, und im ersten Jahr wurden wir Zweiter, da stieg aber nur der Erste auf, der Meister. Und im zweiten Jahr waren wir Meister und stiegen dann auf, ja. Ich will damit sagen, ich war nicht nur einer von denen, wo man sagt, ach Gott, den brauchen wir nicht. Naja, dadurch hatte ich ein bisschen Geld, habe mir dann ein Grundstück zugelegt in Libars. Nun starben alle weg. So, nun habe ich natürlich überlegt, was machst du denn? Du hast eine Wohnung im Morbid, im Tiergarten, nicht? Und du hast das Grundstück. Willst du nicht lieber auf das Grundstück? Ja, ich habe gesagt, du bist zu Hause, da hast du einen Garten, da hast du eine Freizeit. Und es war gut so, denn ich hätte in der Wohnung, im Tiergarten gar nicht meine Filme machen können. Warum? Weil ja das Mikrofon alles aufnimmt. Dann war oben Polterei, unten Polterei, da war Radiomusik, da hatte ich eine Nachricht gehört und so, ja. Und hier, wo ich jetzt in Libars bin, da ist ja nun natürlich alles ruhig. Und da kann ich natürlich arbeiten, solange ich will und früh anfangen, wie ich will, nicht? Das war, ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, naja, ich war ja, wie ich schon sagte, filmverrückt, ja. Ich habe ja viele Filme gesehen und so weiter. Und dann war es schon zur Hitlerzeit so, man konnte ja Schmalfilm kaufen. Aber Geld, Geld, ja, das war natürlich viel, nicht? Etwa im Verhältnis, wenn man heute die Summen hört, sagt man, das ist doch kein Geld. Ja, aber früher, ehe man zu so einer Summe kam, da musste man schon ganz schön arbeiten, nicht? Naja, das war immer meine Sehnsucht, mal Filme zu machen, selbst Filme zu machen. Und nach dem Krieg ging es dann los. Aber wir hatten auch nicht sehr viel Geld. Und da war eine Bekannte, ich kann darüber jetzt sprechen, die ist längst und tot, die DDR gibt es nicht mehr, ja. Die hatte dann aufgrund ihres Ausweises, sie war Bewohnerin von Ostberlin, konnte mir die sogenannte AK-8, das war Aufnahmekamera 8, ja, normal, hat sie mir gekauft. Hat natürlich schon mal riesige Angst gehabt, hat gesagt, ja, du musst mir die ab und zu mal zurückbringen, falls mal Kontrolle kommt und so, ja. Ja, na, das war ja noch die erste. Da fing das an. Und da hatte ich dann meinen ersten Film gedreht und habe mir den angesehen und habe gesagt, das ist doch Mist, was du da machst, ja. Hin und her, hoch und runter und so weiter. Da habe ich mir dann Lehrbücher gekauft, ja, mehrere Lehrbücher, habe die richtig durchgelesen, nicht? Und habe danach meine Filme gemacht. Wir haben Spielfilme gemacht, nicht? Richtig kleine Spielfilme, zum Beispiel, viele finden zurück. Inhalt ist eine Jugendgruppe, da ist einer straffällig geworden, nicht wahr? Ja, und der hatte Geld versteckt und der kommt nun aus dem Gefängnis und die anderen, die da mitgemacht haben, die wollen nun zu ihrem Geld kommen, ja. Und kriegen das auch zusammen und der eine, der ist dann Außenseiter, der sagt, ich mache da nicht mehr mit, ja. Und der steigt dann aus und darum hieß es viel finden zurück, zurück zum normalen Leben. Dann haben wir natürlich verrückte Filme gemacht, die Todesmaschine des Dr. Scharik, nicht? Das hieß, da wurde eine Maschine erfunden, da haben wir den Tonband umgedreht, was wir hatten, ja. Da musste man die Hände rauflegen und dann kam so ein Band raus, nicht? Und dann stand drauf, sie leben noch bis dann und dann und sterben um die und die Uhrzeit. Das haben wir alle noch zu Hause, sowas, nicht? Und solche Filme haben wir dann gemacht. Und dann fing langsam an, dass man sagte, ach, du kannst doch auch mal ein paar Landschaftsfilme und sowas alles machen, ne. Das haben wir dann auch gemacht. Und die vielen Erinnerungen, wenn man das sieht, von dem Morbid damals, ja. Was man ja heute nicht mehr sieht, ist ja alles anders, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema, ja. Jedenfalls war da die Liebe zu Filmen da. Und der eine Schulfreund von mir, der auch von der ersten bis zur letzten Klasse mit mir zusammen war und anschließend Lehrer wurde, der hatte da mal mitgemacht, ja. Der ist auch in einigen Videofilmen, die ich hier gemacht habe, auch noch zu sehen, ja. Und da fingen wir nun an eben mit Schmalfilm bis zu dem Moment, wo es hieß, Video kommt raus, nicht? Und da hatte ich schon einigermaßen mir Geld zurücklegen können und so weiter und so fort. Also ich war nicht so arm wie vor 20 Jahren, sagen wir mal, ja, nicht? Und habe mir dann eine Videokamera gekauft, nicht? Die erste, weiß ich noch, in der Müllerstraße, da, ich weiß nicht, wie die Firma hieß, jedenfalls Blaupunkte, 1700 D-Mark gekostet damals, ja. Ja, VHS natürlich, ich habe ja noch kein SVHS und sowas, nicht? Und da haben wir an, ja, Film zu machen. Und da sagte der Schulfreund zu mir, Mensch, weißt du, da gibt es ja einen Sender, da kannst du kostenlos deine Filme senden lassen. Ich so, ach, sowas gibt es doch ja nicht. Da kann ich mir das nicht vorstellen. Das war doch alles nur mit Geld, Geld, Geld wie heute, nicht? Und, na jedenfalls, sagte der, na, wir gehen mal hin, so. Nun wusste der aber nicht, wie der Sender hieß, OKB, ja? Und wir hingen jetzt zu FAB. Die waren damals am Neuenhofplatz. Und da kamen wir hoch und dann sagten wir nicht, was wir wollten. Und so, nee, na, hier müssen Sie bezahlen, hier können Sie nicht. Aber ich glaube, es gibt einen Sender, der heißt OKB, Offener Kanal, sowas, ja? Gehen Sie doch mal dahin, ja? So, nun gehen wir hier hin, wir in euer Vorraum, ja? Und da waren dann zwei Frauen und die, ja, natürlich können Sie das kostenlos. Also ich war wie von Kopf geschlagen. Ich denke, wie kann man denn Filme kostenlos senden? Ist ja beinahe unmöglich, ja? Naja, und dann, der erste Film war ein sehr schöner Film. Weil ich sagte, ich habe ja auch mit namhaften Fußballer zusammengespielt. Unter anderem war das Herbert Radatz, ein ganz bekannter Fußballer seiner Zeit, ja? Da habe ich dann einen Film über den gedreht, ja? Herbert Radatz, ein Fußballleben hieß der. Der lief vor etlichen Monaten nochmal als Wiederholung hier, ja? Ein sehr schöner Film, den haben wir auch dem Bezirksamt dann geschenkt, von Köpenick, ja? Und so fing das dann an mit der Filmreihe. Und dann dachte ich mir, ich war ja noch nicht ein ganz Dummer, ja? Mensch, du kannst da auch mal Filme machen, die von dir aus kommen, thematisch, nicht? Dann hatte ich etliche Filme von Potsdam gemacht zum Beispiel, nicht? Und meine Serie, mein Gott, die drei Untertitel, wie war der Untertitel, weiß ich ja nicht mehr. Jedenfalls, da kann ich natürlich sagen, da hat es vor ungefähr zwei, drei Monaten haben zwei Leute angerufen bei mir. Ich habe ja seit vier Jahren diese Sendung nicht mehr gemacht. Die fragten, warum läuft denn keine Sendung mehr mit dem Knoblauch? Der Knoblauch war doch da, nicht, von Knoblauch ein bisschen besser und so weiter. Da war ich erstaunt. Ich denke, Mensch, das sind ja Menschen, die haben das gesehen und fanden das gut, nicht? Und dann fing das natürlich an mit der Flimmerkiste und, naja, da bin ich bis heute geblieben. Und dann kommen immer wieder Stunden, sagen wir mal lieber, es kamen immer Stunden. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt anfing, eine neue Flimmerkiste, Mensch, guckt denn da überhaupt einer zu? Und dann rief einer an, dann kam ein Brief, zum Beispiel, in dem Brief habe ich ja zu Hause noch mehrere Briefe, ja, da schrieb dann eine alte Dame, mit dieser Sendung haben sie mir meine Jugend zurückgegeben. Und ein anderer schrieb, kam, der kam zu euch und wurde von euch zu mir geschickt, da auch ein alter Herr, ja, der schrieb, ich habe ihre Sendung über die alten Filme und Filmschlags gesehen, ich bin hingerissen. Und da dachte ich, im Stillen, das ist ja doch nicht so, dass du denkst, das guckt ja keiner zu. Es sind ja doch Menschen, die nicht nur gucken, die auch Freude daran haben, nicht? Das war für mich ausschlaggebend. Denn so eine Sendung, du weißt das ja, was das heißt, nicht? Diese Flimmerkiste, die ich mache, die ja jetzt wieder läuft, das dauert immer bei mir zehn Tage ungefähr. Die Sendung entsteht folgendermaßen, da setze ich mich hin und schreibe erst mal ein Manuskript. So, wenn ich das fertig habe, dann suche ich die ganzen Künstler raus, wer da mitwirken soll. Die sind jetzt auf einer Liste. Dann suche ich mir die ganzen Filme raus, die ich bringen darf. Denn ich darf ja nur nach dem sogenannten Zitatgesetz was bringen, ja. Ich kann dann nicht 15 Minuten filmen, das geht nicht, ne. Dann ist das scharfbar. Ja, und dann geht das los. Jetzt muss ich mir von den Filmstarts, die nur singen sollen, nehme ich immer drei Bilder. So, nun muss ich aber erst mal als Beispiel Hans Albers. Jetzt muss ich mir erst mal drei Hans-Albers-Bilder suchen. Jetzt muss ich mir drei suchen. Da blätter ich manchmal stundenlang in Zeitschriften, in Büchern, um diese Bilder zu finden. Nicht, jetzt, wenn die drei dann zusammen sind, muss ich mir die passende Musik dazu suchen. Nicht, und so geht das mit dem Film genau. Ich gucke mir manchmal beinahe einen Film ganz an. Weil ich bin so ein Mensch, ich möchte gerne eine Filmszene, wo der Zuschauer sagt, ach, die ist in sich ein bisschen abgeschlossen, ja. Ich mag das auch nicht, mit einem Satz anzufangen, nicht. Das ist ja gerade, und dann setzt du ein, ja. Nee, das mag ich nicht. Der soll möglichst durchweg sprechen, nicht. Und, na ja, wie gesagt, dann muss alles natürlich zusammengeschnitten werden. Erst mal sortiert werden, geschnitten werden, ja. Und so, also, es ist eine ganz schöne Arbeit, aber ist natürlich für mich auch etwas, das mich beschäftigt. Das ist ja auch wichtig, nicht. Denn mein Garten und so muss bestellt werden. Ich bin alleine, wie ich schon sagte, alle sind weggestaubt, ja. Und meine Sachen, ich muss mir die Wäsche machen, ich muss einkaufen gehen, ich muss kochen für mich und so weiter, ja. Das ist doch nicht so viel, dass ich nicht die Zeit für so eine Filme übrig habe, ja. Aber es kam, wie ich schon sagte, immer zuerst der Gedanke, guckt dann überhaupt einer zu, ne. Ja, ich bin ja da nun groß geworden, ja. Und mit meinem Schulfreund, der zum Teil geholfen hat, da haben wir uns informiert, gibt es denn überhaupt so eine Filme? Wir haben auch etliche Berufsfilme angesprochen, da haben die zu uns gesagt, so was können wir nicht machen. Wir verdienen ja kein Geld daran, ja. Die wollen ja gleich immer in die Tausende gehen, um ihre Arbeit, ihr Material und ihren Verdienst zusammenzukriegen, ja. Also keiner hat Mobitfilme gemacht. Da haben wir, da wir ja Mobit kannten, angefangen, Mobitfilme zu machen. Wir haben inzwischen acht Mobitfilme mit unterschiedlichen Themen. Natürlich zeitlich, Minuten, zeitlich, sagen wir mal, hier und da dieselben, zehn und so, ja. Aber durchweg sind das immer andere Themen, ja. Und da möchte ich erwähnen, dass diese Filme sehr anerkannt wurden. Erstens, durch diese Filme wurde ich im SFB Berliner des Tages. Zweitens, bin parteilos, hat die CDU mir den Mobiter Wecker, der alljährlich verliehen wird, überreicht. Und drittens bekam ich vom Bezirksamtiergarten die silberne Ehrenmedaille des Bezirks. Aufgrund dieser Filme. Und da sage ich mir, das kann ja nicht so ein großer Schuld sein, sonst würde ich mir das ja nicht gegeben haben. Ja, und gleichzeitig ist es so, ich bin ja nun eng und liebevoll mit diesem Bezirk verbunden gewesen. Natürlich, heute ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Gegenüber damals war ja auch nicht zerstört und so weiter. Die Menschen waren unter sich, nicht. Es waren auch nicht so viele Ausländer. Ich meine, das bringt ja auch immer irgendwie eine Distanz mit, ehe man richtig zusammen wohnt und so weiter, nicht. Das war ja damals alles nicht. Und dann war die Serie fertig und sagte ihm, naja, acht reichen ja nicht. Und dann, was kannst du machen? Na Mensch, Filme, 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 ja. Und ich hatte noch nie gehört, dass jemand einen Film oder eine Film-Serie über alte Schauspieler und Filme bringt. Und dann habe ich im Laufe der Zeit auch gehört, und das kann dich und mich stolz machen, dass der OKB Berlin der einzige Sender in ganz Deutschland ist, der über alte Schauspieler und ihre Filme Sendungen bringt. Ich habe viele Zuschriften aus Westdeutschland, einige aus dem Ausland, und habe aber gehört von Leuten, die hier in Berlin wohnen, weil in Westdeutschland der offene Kanal nicht zu empfangen ist, dass die geschrieben haben, beziehungsweise per Telefon mir gesagt haben, wir schicken eine Kopie nach England, nach Holland, nach Kanada, in die Schweiz. Ja, also es sind überall doch angesehen, sind natürlich alles Deutsche, die ausgewandert sind, ja, und die eben Interesse an diesen alten Filmen haben. Ja, als nächstes, ich habe schon fix und fertig, außer Vertonung, einen wunderschönen Potsdam-Film. Da sind nicht nur die Schlösser, da sind auch die Innenräume, und ich habe sehr viele Potsdam-Filme gesehen, habe selbst auch drei professionelle Potsdam-Filme, und muss eines sagen, so eng, wie ich den gemacht habe, habe ich noch keinen gesehen. Ja, der kommt dann auch demnächst ja zu euch. Das ist zum Beispiel damals in Morbid. Das sind alles Auszüge aus den Schmalfilmen, ja. Da habe ich das Morbid von 1956 bis ungefähr 58, habe ich da drin. Das war die Zeit, wo praktisch noch kein Ausländer hier war und wo auch andere Gesetze galten als heute. Ich möchte bloß eines erwähnen, da mussten die Bewohner, wenn sie gestorben sind, einen bestimmten Friedhof aufsuchen lassen, um sich bestatten zu lassen, was heute nicht mehr ist, ja. Und das habe ich auch gezeigt, habe auch gebracht und so weiter, nicht. Und einige, andere Sachen, die Straßenbahn fährt nicht mehr hier, nicht. Und, naja, also 56 bis 59 war ja die Nachkriegszeit. Man sieht noch viele Ruinen. Ja, ich zeige die Ruin und mitunter war es so, ich habe die Ruine gezeigt und habe überblendet, dass das Haus jetzt heute da steht und so, dass jeder sich ein Bild machen konnte, nicht, wie es damals so war. An dem Filmemacher interessiert mich in erster Linie, man kann, soweit man hat, seine Intelligenz mit einbeziehen, ja. Und ich bin immer darauf bedacht, die Zuschauer am Bildschirm zu halten. Ich möchte und habe das meistens auch immer geschafft, Filme so bringen, dass jeder sich fragt, während er meine Filme sieht, was kommt jetzt, was kommt jetzt, ja. Wenn einer da vorsieht und sagt, Mensch, also noch in so einer langweiligen Stelle, dann schalten wir um, ja. Das möchte ich vermeiden, das habe ich bisher auch geschafft. Denn ich habe noch keinen gehört, der zu mir gesagt hat, in den ganzen Jahren von 92 bin ich wohl hier jetzt, nicht. Der angerufen hat, die sagt, wissen Sie, Ihre Filme, hören Sie mal auf, das ist langweilig, ja. Noch nicht einen. Und das ist das Schöne, sogar an der Ulk-Lamauk-Serie, nicht. Hat auch noch keiner im Gegenteil. Da habe ich so viele Erlebnisse.